Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich Willkommen bei der täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu trashigen Themen und diesmal geht es um Timo Berger und den geheimen Plan, zumindest den vermeintlichen Geheimplan bislang von RTL. Angeblich soll Timo Berger ins Dschungelcamp einziehen und es wird jetzt gemunkelt, dass das jetzt die große Racheaktion auch von der Bild bzw. auch von RTL ist. Und die quasi im Wendler nochmal schön ordentlich einreinwürgen wollen. Und wir gehen hier mal den Artikel von der Bunden hier gemeinsam durch. Und den ganzen Artikel verlinke ich euch natürlich wie immer unten in den Kommentaren. Und wir gehen mal gemeinsam das Ganze hier durch und ich bin gespannt, ob ihr das für realistisch haltet. Also ich würde das gar nicht so unrealistisch finden, würde es allerdings auch ein bisschen komisch sehen, weil ich finde jetzt Timo Berger ist ja für mich jetzt kein Star, aber das war ja beim Dschungelcamp schon öfters der Fall, dass sie da Leute ausgegraben haben, die jetzt nicht so wirklich die Superstars waren. Aber gut, gehen wir durch. RTL will sich zum Gerücht bislang nicht äußern. Michael Wenders, Ex-Vertrauter, soll ins Dschungelcamp ziehen. Wie packt er aus? Das ist jetzt die Frage. Und der Artikel ist noch brandaktuell, also vom 9.8., also aus dieser Woche. Und wir gehen das mal gemeinsam durch. Geht Timo Berger ins Dschungelcamp? RTL bestätigt das Gerücht bisher nicht. Doch sollte stimmen dürfte dies Musiker Michael Wendler gar nicht gefallen. Denn Timo Berger ist ein Ex-Vertrauter, dem der Schlagerstar viel Geld schuldet und der einiges zu erzählen haben könnte. Und durchaus, beide sind ja immer noch im Prozess. Also ich bin gespannt, wie das Ganze jetzt auch noch enden wird. Ich bleibe natürlich auch an der Geschichte dran. Also haltet mich da immer auf dem Lauf. Dann sollte Timo Berger jetzt nochmal ein Statement vom Statement vom Statement machen. Und generell bin ich auch natürlich gespannt, wie der ganze Prozess dann ausgehen wird. Aber gehen wir hier auch nochmal weiter. Wenn man so polarisiert, wie der Schlagerstar Michael Wendler es seit Jahren tut, ist kein Wunder, wenn man sich im Laufe der Zeit nicht nur Freunde macht. Doch nicht nur in der Öffentlichkeit hat der 49-Jährige mindestens so viele Kritiker wie Fans. Auch in seinem näheren Umfeld haben sich mittlerweile einige gegen ihn gestellt. Und so auch Timo Berger, Ex-Vertrauter und Ex-Reiseorganisator, ihm schuldet der Musiker 29.500 Euro. Das ist jetzt allerdings noch ein Streitfall. Es gilt das Ganze noch zu klären. Es gilt hier auch eine Unschuldsvermutung. Ich finde es immer krass, wie auch der Fokus und Co., nachdem ich jetzt auch mal solche Erfahrungen gemacht habe vom Anwalt und Co. mit Abmahnung, wie die dann doch immer berichten. Denn hier ist kein Satz drin. Da könnte man auch aus Michael Wendlers Sicht dann dagegen vorgehen. Das wollte ich euch jetzt hier nochmal so sagen. Aber nun gut. Kosten für die nicht zustande gekommene große Hochzeitsfeier mit Ehefrau Laura Müller in Las Vegas. Was ich natürlich auch ein bisschen komisch finde, diese Dreharbeiten liefen ja über RTL und das sollte ja über RTL auch wieder ausgestrahlt werden. Und man muss ja auch sagen, dieses Format mit Michael Wendler und Laura Müller war durchaus sehr erfolgreich. Also Michael Wendler war schon immer ein Quotenbringer. Man kann ihn mögen oder nicht. Ich merke das ja auch auf meinem Kanal. Die Videos sind sehr beliebt. Und von daher ist das natürlich immer so ein Ding, dass ich auch vermute, dass es sein könnte, dass RTL vielleicht auch die Kosten übernommen hätte. Beziehungsweise kommt es mir komisch vor. Also ich hätte das, glaube ich, so eingetötet an Michael Wendler Stelle, dass ich natürlich jetzt nicht für die Reise und für die Hochzeit und Co. blechen muss, wenn RTL die Rechte hat, das dann auszustrahlen. Also man weiß nicht, wo jetzt das Ganze dort auch weitergehen wird oder wie das dann ausgeht. Aber das sollte man immer noch fairerweise dazu auch sagen, finde ich. Das finde ich ganz wichtig. Hier geht es auch nochmal weiter. Zieht Michael Wendlers, ehemaliger Vertrauter ans RTL Dschungelcamp. Ausgerechnet Timo Berger soll nun offenbar ein Dschungelcamp ziehen. Das will die Bild-Zeitung erfahren haben. Und die sind bei sowas immer relativ gut dabei. Also man kann, wenn die Bild irgendwas im Gossip berichtet, auch schon teilweise fast sicher sein, dass das auch stimmen kann. Also zumindest ist da immer der Wahrheitsgehalt bei den Meldungen relativ hoch. Muss man auch mal so sagen. Heimatsender der Show ist RTL. Der Sender, der Michael Wendler erst mit diversen Shows groß machte, seit seinem unrühmlichen DSDS-Abgang aber nun nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Dass sich nun Timo Berger und RTL zusammentun, ist also gar nicht so undenkbar. Und das wäre sicher eher unangenehm für den gefallenen Musiker. Dürfte sein Widersacher doch nicht nur Nettes über ihn zu berichten haben. Berger möchte zu den Gerüchten kein Statement abgeben. Auf Anfrage von Focus Online wollte sich der TV-Sender nicht zu den Gerüchten äußern. Ein RTL-Sprecher teilt mit. Die Teilnehmer der Dschungelshow geben wir rechtzeitig bekannt. Spekulationen kommen wir, kommentieren wir bis dahin wie gewohnt nicht. Und ja, zugegeben, bis zum Dschungelcamp ist es ja noch ein bisschen hin. Ja, also da, Januar ist ja noch ein Stückchen entfernt und ich denke, wir dürfen gespannt sein, wer da alles mitmacht. Man weiß ja schon, dass der Glöckler mitmacht. Und ihr könnt auch gerne mal unten reinschreiben, wer da noch so mitmacht, wer vielleicht schon geleakt wurde. Oder wen ihr da gerne dabei hättet. Also ich würde Timo Berger durchaus ganz interessant finden. Allerdings ist er für mich jetzt kein Megastar. Da würde ich zum Beispiel, ja, den Laura Müller natürlich wesentlich spannender finden. Aber die würde sich das nicht antun. Und selbst Michael Wendler, der ja da auch schon mal war, wäre natürlich auch spannend. Aber ist natürlich relativ unrealistisch, ja. Auch Timo Berger antwortete auf die Nachfrage von Focus Online. So geht es hier weiter nicht. Er habe dazu kein Statement abzugeben. Dafür lässt er seine Instagram-Story sprechen. Hier fragt er schon mal seine Follower, was die von den Gerüchten halten. Klare Antwort, 70% glauben, dass er in den Dschungel zieht. Bild zufolge ist Timo Berger übrigens nicht der einzige Ex-Wendler-Vertraute, der angeblich für das Dschungelcamp angefragt wurde. Auch sein Ex-Manager Markus Krampel soll im Gespräch gewesen sein. Aber er soll abgesagt haben. Wenn wir am Ende wirklich in der Schuhe sehen werden, das bleibt vorher spannend. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt ein Manager wie Markus Krampel dann das nötig hat, bei so einer Sendung mitzumachen. Also da hätte ich jetzt persönlich auch nicht so Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Seien die Kasse stimmt jetzt wirklich und die zahlen da wirklich 3, 4, 500.000 Euro, was ziemlich unrealistisch wäre für einen Timo Berger oder für einen Markus Krampel. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt ein Timo Berger da mitmacht und sich dieses Millionenpublikum nicht nehmen lässt. Weil für Timo Berger wäre es eine Win-Win-Situation. Wenn er sich dort halbwegs gut schlägt und weit kommt, könnte er statt 20.000, 30.000 Follower dann vielleicht auch ganz schnell die 100.000, 200.000 Follower auf Instagram vollmachen. Und damit lässt sich natürlich auch gutes Geld verdienen, gerade im Reisegewerbe, wo er ja auch seine Selbstständigkeit hat, könnte es natürlich in Zukunft dann auch noch sehr lukrative Deals geben mit dem einen oder anderen Zuschauer, der ihn vielleicht sympathisch findet oder mit dem einen oder anderen Prominenten, den man ja dann auch kennenlernt noch zusätzlich. Und von daher halte ich das auch gar nicht so für unrealistisch. Und es würde zumindest auch zu RTL und auch zu den ganzen Gerüchten passen und wäre natürlich eine Racheaktion am Wendler und würde natürlich auch für Quote sorgen, ohne dass der Wendler oder Laura Müller selbst in der Show sind. Denn alle wollen natürlich dann wissen, was sagt er über den Wendler und was gibt es da für Gerüchte. Und das könnte natürlich eine ganz heiße und interessante Nummer werden. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Wenn ihr mehr Trash sehen wollt, dann lasst gerne noch ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dann und ciao, ciao.